Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video geht es um die Zucchini, um den Anbau der Zucchinis. Ja, es kann häufig vorkommen, dass Zucchinis so eine kleinen sind, die sich nicht weiterentwickeln. Die werden gelb und fallen ab. Das ist natürlich besonders schade, weil man sich schon gefreut hat, hey, da ist was, da kommt jetzt was und dann Pustekuchen. Auf einmal wird es gelb und es wird nichts draus. Ja, woran liegt das? Was kann ich dagegen tun? Sind gegebenfalls Pflegefehler, die ich mache, daran schuld. Das möchte ich euch hier in dem Video einmal erklären. Bevor ich aber loslege, habe ich ein kleines Anliegen in eigener Sache. Ich erreiche erfreulicherweise sehr viele Zuschauer hier mit meinen YouTube-Videos, was mich wahnsinnig freut. Lade haben wir nur knapp zwei bis drei Prozent der Zuschauer, die hier regelmäßig meine Videos schauen, auch nur meinen YouTube-Kanal abonniert. Deshalb meine bitte an euch, wenn euch die Videos gefallen oder weiterhelfen oder ihr auch Interesse am Thema Garten habt, denn da kommt einiges in nächster Zeit, dann abonniert gern jetzt einmal unten kostenlos meinen YouTube-Kanal. Ihr unterstützt mich damit wahnsinnig, um auch weiterhin folglichen Videos zu machen. Und ich freue mich natürlich auch über jeden neuen Zuschauer, der dazu kommt, genauso wie auch über einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Wir schauen uns hier mal meine Zucchini-Pflanze an. Und da könnt ihr jetzt schon erkennen, dass ich hier auch weibliche Blüten habe. Das könnt ihr hier sehen, da ist ein Fruchtansatz. Hier zum Beispiel, da haben wir eine männliche Blüte, da ist nur der Stiel. Ja, und hier wäre es natürlich sehr schade, wenn die gelb wird und abfällt. Aber ihr könnt auch sehen, dass das Ganze auch bei mir passiert. Schaut mal hier unten, diese Zucchini hier, die wird gelb und wird dann auch abfallen. Was ist jetzt hier passiert? Warum ist das Ganze so? Kann man eigentlich relativ einfach erklären. Es kommen im Prinzip drei Gründe dafür in Frage. Ja, und für den häufigsten Grund, da könnt ihr erstmal nichts dafür, aber ihr könnt es ändern. Das ist nämlich eine mangelnde Befruchtung. Die weibliche Blüte, die ihr hier gesehen habt, die ist tatsächlich nur 24 Stunden vorhanden. Die wird sich in den Morgenstunden öffnen, ist dann während der Mittagszeit in der Regel dann auch voll offen und gegen Abend schließt sie sich dann schon wieder. Und am nächsten Tag fällt sie nämlich ab. Und wenn in dem Zeitraum, wo die Blüte offen ist, keine Befruchtung stattgefunden hat, dann fällt auch die kleine Zucchini ab, wird gelb und entwickelt sich dann leider nicht mehr weiter. Was kann man dagegen machen? Ihr könnt diese weibliche Blüte hier manuell von Hand bestäuben. Dann könnt ihr auf jeden Fall ausschließen, dass hier keine Bestäubung stattgefunden hat. Dazu braucht ihr natürlich auch eine männliche Blüte. Das kann manchmal sein, dass gerade relativ früh im Jahr noch nicht so viele Blüten vorhanden sind. Ihr konntet es ja gerade sehen, ich habe jetzt eine männliche und eine weibliche Blüte. Ja, dass da dann wirklich eine Biene, eine Hummel oder irgendein anderes Insekt von der männlichen Blüte hier hinten dann einmal in die weibliche Blüte den Samen überträgt oder den Pollen reinbringt, ist sehr unwahrscheinlich. Deshalb am besten selber von Hand bestäuben. Wie das geht, das zeige ich euch hier oben in einem Video. Schaut euch das mal an. Damit könnt ihr auf jeden Fall das schon mal als Fehlerpunkt ausschließen. Ja, ein weiterer Grund ist die falsche Wasserversorgung. Wer seine Zucchini nicht ausreichend gießt, da kann es natürlich passieren, dass nicht genug Wasser für die Versorgung der kleinen Zucchinis da sind, auch wenn sie befruchtet wurden. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr das Erdreich gleichmäßig leicht feucht haltet bei der Zucchini. Es sollte nicht austrocknen. Die Pflanze sollte auch keinen Trockenstress bekommen. Wenn sie das nämlich bekommt, dann kann sie die Zucchinis nicht weiter versorgen und wirft sie ab, um halt weiter zu überleben. Aber auch das Gegenteil. Zu viel Wasser, wenn sie ständig nass ist, auch das ist nicht gut. Dann kann nämlich die ganze Pflanze kaputt gehen. Ihr müsst da einfach einen gesunden Mittelmaß für euch finden. Wenn ihr genau wissen wollt, wie man Zucchinis richtig gießt, schaut euch hier oben mal das Video an. Ich habe euch das extra mal in einem Video erklärt. Der dritte Grund, das ist ein Nährstoffmangel. Zucchinis sind Starkzehrer. Das heißt, sie brauchen sehr viele Nährstoffe. Und wenn sie die nicht bekommen, auch da können sie dann wieder die Früchte, in dem Fall die Zucchinis, nicht ausreichend versorgen. Und deshalb müsst ihr dafür sorgen, dass eine richtige Nährstoffversorgung herrscht. Ihr könnt zum Beispiel mit einer Brennnesseljauche wunderbar düngen. Ihr könnt aber auch mit Kompostwasser düngen. Wie man das herstellt, zeige ich euch hier mal. Guckt es euch mal an. Und damit düng ich alle ein bis zwei Wochen regelmäßig meine Zucchinis. Und dann ist auch da gewährleistet, dass genügend Nährstoffe vorhanden sind. Ja, das sind die einzigen Gründe, die in Frage kommen. Der häufigste Grund ist tatsächlich die fehlende Bestäubung. Manchmal kann es auch sein, dass es recht kalt ist, dass es vielleicht regnerisch ist. Und ja, dann findet ihr eher relativ wenige Bienen oder Hummeln bei euch im Garten, die die Arbeit übernehmen. Und innerhalb der wenigen Stunden, wo die weibliche Blüte dann offen ist, müsste sich ja ein Insekt da drin dann verlaufen und für die Bestäubung sorgen. Wenn das nicht passiert, dann geht die Blüte zu, fällt ab und die kleine Zucchini von der weiblichen Blüte natürlich auch. Deshalb in dem Fall manuell bestäuben. Ja, das war's. Mehr gibt es zu dem Thema nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch, wie gesagt, kostenlos. Und wir sehen uns dann auch in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Bis dahin.